Die Hybris HYBS bezeichnet eine extreme Form der Selbstüberschätzung oder auch des Hochmuts. Man verbindet mit Hybris häufig den Realitätsverlust einer Person und die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, Leistungen und Kompetenzen. Vor allem von Personen in Machtpositionen. Beschreibung In antiken griechischen Tragödien wurde Hybris als ein Auslöser für das Scheitern vieler Protagonisten verwendet. In ihrer Überheblichkeit ignoriert die Hauptfigur die von Göttern gegebenen Befehle und Gesetze. Auf die menschliche Hybris folgt häufig die göttliche Bestrafung durch Nemesis, welches schließlich zum Fall und Tod des Protagonisten führt. Nach Auffassung von Walter Arnold Kaufmann ist Hybris weder als Stolz auf eigene Leistung oder eigenen Wert noch als ein herausstreichendes eigenen Verdienst zu verstehen. Hybris ist nicht wie Stolz etwas, das man fühlt. Sie ist vielmehr immer mit einer Handlung verbunden. Das griechische Verb betaro iota zeta epsilon iotan ü bedeutet bei huma, zügellos werden oder sich ausdubben und wird auch auf Flüsse. Wuchernde Pflanzen und überfütterte Esel angewandt, die schreien und aufstampfen. Hybris bedeutet demnach mutwillige Gewalt und Frechheit. Es bedeutet auch Gier und Lüsternheit. Hybrism a bedeutet Frevel, Vergewaltigung, Raub und fast im Recht alles zusammen. Was einer Gottheit oder einem Menschen an schwerer Unbild zugefügt wird. In der Wissenschaft wird Hybris auch in der Psychologie, Medizin sowie in der Organisations- und Managementforschung untersucht und thematisiert. Im heutigen Sprachgebrauch wird Hybris als ein bildungssprachlicher Ausdruck für Vermessenheit und Selbstüberhebung verwendet, die zu einem schlimmen Ende führen werden. Beispiel, siehe auch, Narzissmus-Dunning-Kruger-Effekt. Hamarty, die das Unglück auslösende Verfehlung des Helden in Aristoteles-Poetik. Creon, Niobe, Oedipus, Tantalus, Icarus. Der Ring des Polykrates. Hybrid. Hybris ist die größte Schwäche der Annabeth Chase aus den Percy Jackson Büchern von Rick Riordan. Hybris ist die größte Schwäche der Annabeth Chase aus den Percy Jackson Büchern von Rick Riordan. Sicht Lang, Niobe. Der Ring des Polykrates. Gib Deileter, die das Unglückgefektionsum anwesend Oberstdammesch setzen und vor Gib Deileter, ohne hier die ei, in der Menschen riesengandrareide 높 Kilimutiny1 Absatz. Anhalt, Fel Tadaис Prevention und nur am Anfang gehtiner schwerwiegleichencam.